An diesem Ort steht ein großes, gemütliches Sofa. Du kannst es dir jetzt darauf gemütlich machen. Die weichen Polster unter dir spüren, die sich sanft an deinem Körper schmiegen. Fahre einmal mit der Hand über die Kissen und spüre, wie weich und angenehm sie sich anfühlen. Fast als würde man auf einer Wolke sitzen. Du atmest einmal tief ein und aus und entspannst dich noch ein bisschen mehr. Was könnte noch hier sein, damit du dich noch sicherer, noch geborgener fühlst? Stell dir jetzt ganz plastisch vor, wie es nun hier erscheint. Wie es den Raum um dich herum noch angenehmer, noch behaglicher macht. Wie sich eine tiefe, heitere Ruhe in dir ausbreitet. Du lässt es zu, dass die Stille und die Geborgenheit dieses Ortes dich ganz ausfüllen. Mit jedem Atemzug fließt ein wenig mehr davon in dich hinein, breitet sich aus. In deiner Brust, deinem Bauch, deinen Armen und Beinen, Deinen Händen und Füßen fließt über deinem Kopf zusammen, bis du ganz eingehüllt bist in Stille und Geborgenheit, ganz erfüllt davon. Jede Zelle deines Körpers genießt es. Die Zelle deines Körpers genießt es.